Anfänger U9, wir geben den besten Start, hat die Startnummer 109, das ist Quintin Dionysius, er fährt für Kreislauf und er fährt auf Position Nummer 1. Platz 2 geht nach Kölkermoor an Michael Keitel, er im Moment auf Position 2. Die Fahrer haben schon einen gewissen Abstand zwischen sich gebracht auf der Platz. Und Platz 2 auf Platz 3 ist B80 groß, Platz 3 für Fingrauf, Platz 4 für Benjamin Hildebrandt aus Ingolstadt. Vor und er weckt der Fahrer mit der 109, das ist der Fahrer aus Feisberg, das ist Quintin Dionysius, Startzielsieg, bayerischer Meistersitel in der Klasse U9, Mängel.